Hallo meine Lieben und willkommen zu diesem neuen Video. Ja, heute geht es hier auf meinem Kanal schon wieder weiter mit True Crime und damit auch mit einem neuen Fall, den ich mir ausgesucht habe und über den ich euch gerne berichten möchte. Als sich die 18 Jahre alte Kelsey Smith am frühen Abend des 2. Juni 2007 noch einmal auf den Weg ins Einkaufszentrum macht, um ein Geschenk für ihren Freund zu kaufen, kommt niemand auch nur auf den Gedanken, sie könnte nicht mehr nach Hause kommen. Denn es ist ein ganz normaler Tag mit einem ganz normalen Vorhaben. Ich bin gleich wieder da, ich fahre nur noch mal kurz ins Einkaufszentrum, wir sehen uns gleich wieder, bis später. Doch Kelsey kommt nicht mehr wieder nach Hause zurück und ihre Familie ist außer sich vor Sorge, denn sie war äußerst zuverlässig. Irgendetwas muss ihr also zugestoßen sein. Kelsey Ann Smith kommt am 3. Mai 1989 in Overland Park, der zweitgrößten Stadt des US-Bundesstaates Kansas zur Welt. Kelsey ist das dritte Kind ihrer Eltern Greg und Missy Smith und wächst gemeinsam mit ihren zwei älteren Schwestern Stevie und Lindsay und mit ihren jüngeren Geschwistern Cody und Zach in einem liebevollen und stabilen Umfeld auf. Lindseys Vater Greg ist ehemaliger Navy-Veteran und arbeitet im Jahr 2007 bereits seit über 20 Jahren für das örtliche Police Department. Mutter Missy kümmert sich zu Hause um ihre große Familie und ist halbtags in einem medizinischen Versorgungszentrum beschäftigt. Die Familie lebt ein gutes Leben. Und bei den Smith ist immer was los. Die Kinder bringen nach der Schule oft Freunde mit nach Hause und jeder ist willkommen. Auch die Geschwister haben untereinander und zu ihren Eltern ein gutes Verhältnis. Kelsey besucht die Shane Mission West High School in Priory Village und ist dort in der Theatergruppe. Außerdem ist sie Teil des Schulorchesters, spielt leidenschaftlich gerne Klarinette und hat eine wunderschöne Stimme. Sie liebt Musicals und verbringt ihre Freizeit am liebsten mit ihrer großen Familie und ihren Freunden. Kelsey hat ihren ganz eigenen Humor. Dadurch, dass sie in einem sehr offenen und liebevollen Elternhaus mit vier Geschwistern aufgewachsen ist, geht sie schnell auf andere Menschen zu und hat keinerlei Schwierigkeiten, Freundschaften zu schließen. Außerdem lernt Kelsey schon früh von ihren Eltern, was es bedeutet, selbstständig zu sein und Verantwortung zu übernehmen. Immer wieder passt sie auf ihre jüngeren Geschwister auf und verdient sich während ihrer Zeit an der Highschool durch kleinere Aushilfsjobs hier und da etwas Taschengeld dazu. Jeder Cent davon wird allerdings hartnäckig zur Seite gelegt, denn Kelsey möchte auf ein Auto sparen, das sie sich nach ihrem Highschool-Abschluss dann auch kaufen möchte. Im Mai 2007 ist Kelsey 18 Jahre alt und es ist gerade vier Wochen her, dass sie ihren Schulabschluss gemacht hat. Sie freut sich auf diesen Sommer mit ihrer Familie, ihren Freunden und vor allem freut sie sich auch darauf, noch etwas Zeit mit ihrem festen Freund John Beersmith zu verbringen, mit dem sie inzwischen seit fünf Monaten zusammen ist. Denn schon im September soll es für Kelsey dann aufs College gehen. Sie wollte immer Tierärztin werden. Immer wieder hat es sie in der Vergangenheit Praktika in verschiedenen Tierarztpraxen ihrer Heimatstadt gemacht, was ihren Entschluss, Veterinärmedizin studieren zu wollen, noch verstärkt hat. Darum sieht sie jetzt auch ihrem anstehenden Studium an der Kansas State University mit großer Vorfreude und Enthusiasmus entgegen. Jedoch zuvor steht jetzt erst einmal noch der Sommer an und Kelsey kann sich dank ihrer Sparsamkeit in der Vergangenheit und der Tatsache, dass sie auch jetzt aktuell im Mai 2007 an einer Kinokasse in der Stadt immer wieder aushilft, endlich auch ihr Auto, das sie sich schon lange gewünscht hat, kaufen. Sie entscheidet sich für einen 1987er Buick Regal und nachdem sie den Wagen gemeinsam mit ihrer Mutter Missy beim Verkäufer abgeholt hat und nach Hause gefahren ist, möchte sie am liebsten gar nicht mehr aussteigen. In den kommenden Tagen fährt sie ständig damit in der Stadt herum, holt ihre Freunde ab und kauft sich auch ein neues Radio, das sie in den Wagen einbauen lässt. Kelsies Vater Greg erinnerte sich später noch sehr gut daran, wie glücklich seine Tochter in diesen letzten Tagen und Wochen vor dem 2. Juni 2007 gewesen ist. Und dass alle lachen und auch teilweise den Kopf schütteln mussten, dass Kelsey für das Radio, das sie sich gekauft hat, mehr Geld bezahlt hat als für den alten Buick. Aber sie liebte dieses Auto und war sehr stolz, dass sie es sich selbst kaufen konnte. Und für ihre Eltern war das einfach eine wunderschöne, aber auch gleichzeitig später schmerzliche Erinnerung, wenn man bedenkt, was bald passieren wird. Einige Wochen später. Es ist der 2. Juni 2007 und Kelsey hat an diesem Samstag einiges vor. Da sich ihre Mutter bereits am frühen Morgen dieses Samstag auf den Weg zur Hochzeit einer Bekannten außerhalb der Stadt gemacht hat, verbringt Kelsey den Tag zunächst einmal mit ihrem Vater Greg und ihren Geschwistern. Zusammen fährt die Familie am frühen Nachmittag zu Old Shennie Days, einem der größten Jahrmärkte in der Region, dessen Besuch fast schon so etwas wie eine Tradition für die Menschen aus der Gegend ist. Und auch wenn Kelsey jede Menge Spaß hat, zusammen mit ihrer Familie isst und sich auf dem Jahrmarkt gut amüsiert, liegt der beste Teil des Tages eigentlich noch vor ihr. Denn am Abend dieses 2. Juni hat sie eine Verabredung mit ihrem Freund John. Die beiden sind auf den Tag genau sechs Monate zusammen und wollen das bei einem gemeinsamen Abendessen feiern. Was Kelsey zu diesem Zeitpunkt nicht weiß und auch nie erfahren wird, ist, dass John ihr einen Ring gekauft hat, den er ihr am Abend schenken möchte. Sehr wohl jedoch hat auch Kelsey geplant, John ein Geschenk mitzubringen, wenn sie sich später sehen. Darum macht sich Kelsey auch um kurz vor 19 Uhr, als sie mit ihrem Vater und ihren Geschwistern vom Jahrmarkt wieder zu Hause ist, auf den Weg zu Target. Einem Discounter, der nur wenige Minuten Fahrzeit vom Haus ihrer Eltern entfernt ist. Bevor sich Kelsey also in ihren neuen 1987er Buick setzt, sagt sie ihrem Vater Greg noch, wo sie hin will. Dass sie nur noch eben kurz zu Target fährt, um John ein Geschenk zu kaufen. Sie sagt ihrem Vater außerdem, dass sie ihn liebt und dass sie gleich wieder zurück sein wird. Es ist noch Taghell draussen, als Kelsey jetzt also wenige Minuten später bei Target ankommt. Sie parkt ihren Wagen draussen auf dem Parkplatz und betritt das Geschäft. Auf den Videoaufnahmen sieht man, wie sie um 18.55 Uhr durch die Tür geht und sie wird jetzt in den kommenden zwölf Minuten bei Target einkaufen. Während sie sich im Geschäft aufhält, telefoniert Kelsey mit ihrer Mutter Missy, die zu diesem Zeitpunkt gerade wieder auf dem Weg nach Hause ist, von der Hochzeit ihrer Freundin. Es ist nur ein kurzes Gespräch zwischen Mutter und Tochter. Denn Missy konnte freilich nicht ahnen, dass es das letzte Mal sein wird, dass sie die Stimme ihres Kindes hört. Nachdem Kelsey ihre Einkäufe erledigt hat, macht sie sich auf den Weg zur Kasse. Sie legt die Ware auf das Band, dabei kann man auch deutlich das Geschenkpapier erkennen, in das sie vermutlich Johns Geschenk einpacken will. Sie bezahlt und verlässt Target um 19.07 Uhr auf demselben Weg, auf dem sie gekommen ist. Kelseys Mutter Missy kommt gegen 19.30 Uhr zu Hause an und wundert sich ein wenig, dass ihre Tochter noch nicht da ist. Schließlich hatte sie kurz zuvor erst mit ihr am Telefon gesprochen und Kelsey hatte ihr gesagt, dass sie aktuell bei Target ist. Und sie hat ihr auch erzählt, dass sie bereits ein Geschenk für ihren Freund John gefunden hat. Außerdem war Kelseys bereits um 20.00 Uhr mit John in einem Restaurant verabredet. Sie wollte sich vorher noch umziehen, fertig machen und das Geschenk einpacken. Jetzt ist es 19.30 Uhr. Wo also bleibt sie? Die Sorge der Familie wird größer, als eine halbe Stunde später, um kurz nach 20.00 Uhr, John anruft und mitteilt, dass Kelseys nicht wie verabredet im Restaurant aufgetaucht ist. Daraufhin setzt sich ihr Vater Greg in seinen Wagen und fährt die kurze Strecke hinüber zu Target, um nachzusehen, ob ihr Wagen noch auf dem Parkplatz steht. Alle wussten, wie sehr sie sich auf diese Verabredung mit John gefreut hat. Und dass sie jetzt nicht im Restaurant aufgetaucht ist und sich bei niemandem gemeldet hat, ist mehr als ungewöhnlich für Kelseys. Denn bei den Smiths gab es eine Regel. Eine Regel, an die sich alle Familienmitglieder gehalten haben. Wenn ihr später kommt, ruft an. Wenn ihr Probleme oder Schwierigkeiten habt, egal wann, egal wo, meldet euch. Sagt einfach immer Bescheid. Kelseys war äußerst zuverlässig. Die Tatsache, dass sie telefonisch nicht mehr zu erreichen ist, dass sie immer noch nicht zu Hause ist, dass sie auch nicht zu ihrer Verabredung mit John bisher nicht kam und darüber hinaus auch niemandem Bescheid gesagt hat, dass sie noch woanders hinfährt oder überhaupt später kommt, löst genau aufgrund dieser Regel, sich eben immer zu melden innerhalb ihrer Familie, jetzt direkt ein ungutes Gefühl aus. Darum setzt sich Greg Smith jetzt erneut in sein Auto und fährt die Gegend rund um das Haus der Familie und den nahegelegenen Target ab. Er weiß, dass Kelseys bei dem Target am Oak Park nur wenige Minuten entfernt war. Darum sichtet er jetzt auch sämtliche andere Parkplätze vor den zahlreichen Geschäften, die ebenfalls dort ansässig sind. Jedoch auch dort ist ihr Wagen nicht abgestellt. Und auch bei seinen Kollegen auf dem Polizeirevier informiert sich Greg. Jedoch teilen diese ihm mit, dass es auch in der letzten Stunde keinerlei Notrufe oder Ähnliches gab, die mit dem Verschwinden von Kelseys in Zusammenhang stehen könnten. Als Greg Smith jetzt wieder zurück nach Hause kommt, ist seine Frau Missy bereits dabei, sämtliche Krankenhäuser in der Gegend abzutelefonieren. Denn es könnte ja durchaus sein, dass sie auf dem Rückweg von Target nach Hause mit ihrem nicht mehr ganz so neuen Wagen einen Unfall hatte. Doch nach einigen Telefonaten ist klar, dass das nicht der Fall ist, denn Kelse wurde in kein Krankenhaus eingeliefert. Weswegen sich die Familie ab 20.45 Uhr inklusive Kelseys Großeltern und auch ihrem Freund John, der inzwischen auch dazugekommen ist, zusammentut und noch einmal intensiv die Gegend rund um Target und auch um Kelseys Elternhaus absucht. Nach ihr und auch nach ihrem Wagen. Greg Smith ist im Juni 2007 seit über 20 Jahren Polizist. Und als solcher versucht er, die Ruhe zu bewahren und fokussiert zu sein. Jedoch als Vater, so hat er später gesagt, gelang ihm das ab einem bestimmten Punkt einfach nicht mehr. Denn es ist klar, dass Kelseys etwas passiert sein muss. Sie hätte sich sonst schon längst bei irgendjemandem gemeldet. Und auch wenn ihr Handy nach wie vor klingelt und man durchkommt, so geht sie einfach nicht ran. Um 21.30 Uhr entdecken Kelseys Großeltern dann den grauen Buick ihrer Enkelin circa zwei Meilen von Target entfernt auf einem anderen Parkplatz vor einer Mall stehen. Sie rufen daraufhin natürlich sofort Greg und Missy, Kelseys Eltern an, die wenige Minuten später ebenfalls auf diesem Parkplatz ankommen. Interessant an dieser Stelle ist, dass Greg ja eine Stunde zuvor bereits nach Kelseys Wagen auf anderen Parkplätzen in der Gegend Ausschau gehalten hat. Und zu diesem Zeitpunkt stand das Auto noch nicht dort. Das bedeutet, dass in der letzten Stunde entweder Kelseys selbst ihr Auto dort abgestellt und dann wo immer auch hin verschwunden ist, oder aber, dass jemand anders den Wagen dorthin gefahren hat. Der Buick ist unbeschädigt, doch von Kelseys selbst fehlt jede Spur. Bevor er es auch nur zulässt, dass irgendjemand jetzt das Auto seiner Tochter auch nur anfasst, ruft Greg Smith vor Ort auf diesem Parkplatz seine Kollegen bei der Polizei. Denn wie man sich vorstellen kann, als Kelseys Mutter Missy dort ankommt und den Wagen ihrer Tochter sieht, da möchte sie natürlich das Auto sofort öffnen und im Inneren nachsehen, ob es irgendwelche Spuren oder Anzeichen gibt, die ihr helfen könnten, ihre Tochter zu finden. Doch Greg ist eben auch Polizist. Er weiß ganz genau, dass falls Kelsey etwas passiert ist, vor allen Dingen, falls ihr etwas passiert ist im Zusammenhang mit ihrem Wagen, könnten Spuren vernichtet werden, wenn jetzt jemand das Auto öffnet, geschweige denn, irgendwie darin etwas sucht oder eben dann auch die eigenen Fingerabdrücke hinterlässt. Und ich fand es gerade im Zusammenhang mit Kelseys Vater Greg wirklich sehr erschütternd, als er über diesen Moment berichtet hat. Als er seiner Frau nicht erlaubt hat, in die Nähe dieses Autos zu gehen oder im Inneren des Wagens nach etwas zu suchen, was sie zu Kelsey führen könnte. Aber er ist eben auch Polizist und diese Gratwanderung, die er in dem Moment einfach erlebt hat, auf der einen Seite die unglaubliche Sorge um seine Tochter, das Persönliche, dass es jetzt ihn, seine Familie, sein Kind betrifft und auf der anderen Seite eben der Polizist, der genau weiß, was jetzt zu tun ist und was nicht. Und das hat man ihm in diesen Statements später, finde ich, angesehen, wie schwer ihm das alles gefallen ist. Aber er weiß, was das Richtige ist und das Richtige ist, auf die Polizei zu warten, die dann auch eben wenige Minuten später auf dem Parkplatz vor der Mall ankommt. Aus Kelseys Kofferraum hängt etwas heraus. Es sieht aus wie der Teil einer Plastiktüte. Das Erste, was also die Polizei jetzt macht, als sie am Parkplatz ankommt und von Greg darüber informiert wird, was sich in der letzten Stunde ereignet hat und dass seine Tochter verschwunden ist, ist, den Kofferraum zu öffnen. Und ich will mir nicht vorstellen, was Greg, Kelseys Großeltern, ihrer ältesten Schwester und auch ihrer Mutter Missy durch den Kopf gegangen sein muss, in dem Moment, als sich dieser Kofferraum geöffnet hat. Was für grauenvolle Sekunden müssen das für Eltern sein, die vor wenigen Stunden ihr Kind noch lachen gesehen haben und jetzt mit der Angst konfrontiert sind, sie könnte tot in diesem Kofferraum liegen. Unvorstellbar. Doch Kelseys ist nicht im Kofferraum und verständlicherweise macht sich jetzt erst einmal bei allen Erleichterungen breit. Da der Wagen aber nicht abgeschlossen war, ist die Polizei vor Ort jetzt direkt in der Lage dazu, sich im Inneren des Buicks genauer umzusehen. Mit dementsprechender Ausrüstung beginnt also einer der Polizisten genau das zu tun. Und es ist sofort klar, dass hier, abgesehen davon, dass Kelseys nach wie vor spurlos verschwunden ist, etwas ganz und gar nicht stimmt. Denn der Polizist findet den Wagenschlüssel des Buicks unter dem Fahrersitz versteckt. Und Kelseys Handtasche mit ihrem Portemonnaie und Bargeld und ihrem Führerschein ist ebenfalls im Wagen. Außerdem steht auf dem Rücksitz die Plastiktüte von Target mit den Einkäufen, die Kelsey kurz zuvor erst gemacht hat. Das bedeutet, dass ihr irgendetwas passiert sein muss, nachdem sie Target verlassen hat und die Einkäufe in ihr Auto gebracht hat. Wenn aber sie diejenige war, die ihr Auto zwei Meilen entfernt auf diesem anderen Parkplatz abgestellt hat, dann muss man sich schon fragen, warum sie ihren eigenen Wagenschlüssel unter dem Fahrersitz versteckt und ihr Portemonnaie und Geld und ihren Führerschein dort lässt, ihr Handy aber mitnimmt. Das Auto wird jetzt abgeschleppt und direkt in eine der Garagen des zuständigen Police Department gebracht, wo es noch in der Nacht mit Hilfe von Superglue erneut genau untersucht wird. Also mit Hilfe einer Art flüssigen Klebstoff, der es ermöglicht, Fingerabdrücke auf Oberflächen sichtbar und auch abnehmbar zu machen. Und während das alles passiert, ist Kelseys Familie nicht untätig. Sie informieren Freunde, bekannte Verwandte über das Verschwinden von Kelsey und jeder beteiligt sich an der Suche. Während die Polizei andererseits am Morgen des 3. Juni erst einmal innerhalb der Familie Smith nach möglichen Verdächtigen sucht. Und während die meisten Menschen, deren Kind verschwunden ist, in der Regel nur wenig Verständnis dafür aufbringen können, dass Ermittler immer zuallererst innerhalb der Familie nach möglichen Verdächtigen suchen, weiß Greg Smith als Polizist natürlich ganz genau, was es mit dieser Vorgehensweise auf sich hat. Darum kooperieren er und seine Frau Missy und auch sämtliche andere Familienmitglieder vollumfänglich mit der Polizei. Sie geben ihre DNA und Fingerabdrücke ab, sie beantworten alle Fragen und stellen sämtliche Informationen zur Verfügung, die dazu beitragen, dass sich die Polizei so schnell wie möglich der Suche nach Kelsey widmet und sie als mögliche Verdächtige hinter ihrem Verschwinden von der Liste streicht. Und genau das passiert auch. Aber nicht nur Kelseys Familie ist für die Ermittler, nachdem sie eingehend mit ihnen gesprochen haben, nicht mehr verdächtig, sondern auch Kelseys Freund John kann als jemand, der möglicherweise doch mehr über ihr Verschwinden wissen, könnte bald ausgeschlossen werden. Zum Zeitpunkt, als Kelsey, nachdem sie bei Target war, verschwunden ist, war John zu Hause, hat sich für das Treffen der beiden fertig gemacht und ist anschließend zum Restaurant gefahren, wo er auf sie gewartet hat. Auch John hat alle Fragen der Polizei beantwortet und konnte somit ebenfalls schnell als Verdächtiger ausgeschlossen werden. Kelseys Familie mobilisiert bereits einen Tag nach ihrem Verschwinden und nachdem sie eingehend mit der Polizei gesprochen haben, hunderte von Menschen aus der Gegend, die allesamt beginnen, weiter nach ihr zu suchen. Greg und seine Frau Missy gehen an die Öffentlichkeit, sprechen im Radio und Fernsehen, drucken Suchplakate und verteilen sie mithilfe von Freiwilligen. Auch Kelseys Mitschüler schließen sich der Suche nach ihr an und es dauert nicht lange, da weiß jeder in der Stadt, dass die 18-Jährige verschwunden ist und jeder kennt ihr Gesicht. Im Inneren des Buicks können in der Zwischenzeit von der Spurensicherung Fingerabdrücke sichergestellt werden. Fingerabdrücke, die weder zu Kelsey noch zu irgendjemand anderen gehören, der den Wagen, seit sie ihn gekauft hat, gefahren hat. Einer der Fingerabdrücke befand sich auf dem Anschnallgurt der Fahrerseite, weitere Fingerabdrücke, unter anderem einen klaren Daumenabdruck, gab es auf dem Lenkrad des Buicks. Was darauf hindeutet, dass es ein völlig Fremder war, der zu irgendeinem Zeitpunkt auf dem Fahrersitz saß, sich anschnallte und dann das Lenkrad mit beiden Händen festhielt. Kelsey hätte niemals einfach irgendeinen Fremden mit ihrem Auto fahren lassen. Sie hätte auch niemanden einfach so mitgenommen und ihm dann erlaubt, mit dem Auto zu fahren. Von ihrem Vater hatte sie früh gelernt, was für Gefahren damit einhergehen können. Sie war immer sehr vorsichtig. Und auch ein freiwilliges Verschwinden kann so gut wie ausgeschlossen werden. Kelsey hatte Pläne für den Abend. Sie wollte sich mit ihrem Freund John treffen. Außerdem hatte sie auch nichts weiter von zu Hause mitgenommen, was darauf hindeuten könnte, dass sie untertauchen wollte und darüber hinaus freute sie sich auf ihr Studium im kommenden Herbst. Allerdings abgesehen von den fremden Fingerabdrücken im Buick kann die Polizei ansonsten keine weiteren Spuren finden. Keine Anzeichen eines möglichen Kampfes im Auto, kein Blut, keine Waffe. Alles, was zu diesem Zeitpunkt als gesichert angesehen werden kann, ist, dass Kelsey etwas zugestoßen sein muss, nachdem sie Target um 19.06. verlassen hat. Also lassen sich die Ermittler als nächstes die Überwachungsaufnahmen des Discounters geben. Und so bekommt jetzt auch die Polizei das Video zu sehen, das ich euch vorher schon zum Teil eingeblendet habe. Kelsey ist auf den Aufnahmen bei Target eindeutig alleine. Sie wirkt auch im Geschäft entspannt und spricht mit niemandem außer mit ihrer Mutter Missy, mit der sie für wenige Minuten telefoniert hat, bevor sie den Laden zwölf Minuten, nachdem sie ihn betreten hat, wieder verlässt. Jedoch bekommt die Polizei bei der Sichtung weiterer Videoaufnahmen von Target noch etwas ganz anderes zu sehen. Nur wenige Sekunden nämlich, nachdem Kelsey Target verlässt, tritt hinter ihr ein junger Mann ebenfalls aus dem Geschäft hinaus auf den Parkplatz. Auf den Aufnahmen sieht man deutlich, dass dieser sich, sobald er durch die Tür geht, nach links und rechts kurz umsieht, offenbar um zu prüfen, ob sich jemand in unmittelbarer Nähe aufhält. Dann geht er Kelsey hinterher. Auch der Parkplatz von Target ist mit Kameras ausgestattet, jedoch sind die Aufnahmen so schlecht, dass darauf, wenn überhaupt, nur vage Umrisse zu erkennen sind. Trotzdem sind sich die Ermittler bei der Auswertung sicher, dass man erkennen kann, wie Kelsey zu ihrem Wagen geht und zunächst einmal die Beifahrertüre öffnet, um die Einkäufe auf den Rücksitz zu stellen, bevor sie dann um den Buick herum geht und die Fahrerseite öffnet, offenbar mit dem Vorhaben, jetzt einzusteigen und loszufahren. In dem Moment sieht man, trotz der wirklich sehr schlechten Qualität der Aufnahmen vom Parkplatz, dass jemand von hinten an Kelsey herantritt und sie in ihr Auto hineindrängt, vermutlich über den Fahrersitz auf den Beifahrersitz und nur 15 Sekunden später verlässt der Buick dann den Parkplatz von Target. Kelsey wollte nach ihrem Einkauf zurück nach Hause. Ihr Wagen allerdings, so zeigt die Kamera, bewegt sich jetzt in eine vollkommen in andere Richtung, was dafür spricht, dass sie selbst nicht am Steuer sitzt, sondern der Mann, der sie kurz vorm Einsteigen attackiert und jetzt vermutlich entführt hat. Die Frage ist also, wer ist der Mann mit dem weißen T-Shirt? Doch noch bevor diese Frage überhaupt beantwortet werden kann, wird für Kelsies Familie ihr größter Albtraum zur Realität. Nachdem sich das FBI in den Fall eingeschaltet hat, gibt nämlich jetzt der Telekommunikationsanbieter Verizon Wireless die Daten aus den Sendemasten frei, die zeigen, wo sich Kelsies Mobiltelefon, das ja nicht im Auto gefunden wurde, am 2. Juni nach ihrem Verschwinden hinbewegt hat. Der letzte Ping von Kelsies Handy stammt von einem Sendemasten in der Nähe des Longview Lake, ca. 15 Meilen südlich der Oak Park Mall, wo ihr Auto verlassen auf dem Parkplatz aufgefunden wurde. Am 6. Juni 2007 vier Tage, nachdem sie zuletzt auf den Videoaufnahmen von Target gesehen wurde, sucht man jetzt genau in dieser Gegend mit einem Großaufgebot von über 200 Polizisten alles akribisch ab. Gegen 13 Uhr dreiß mich, am Nachmittag dieses 6. Juni wird ihre nackte Leiche in einem Waldstück in der Nähe des Longview Lakes, versteckt unter Ästen und Laub von den Suchmannschaften gefunden. Ihre Kleidungsstücke und ihr Handy liegen ebenfalls im Wald, etwas weiter von der Stelle entfernt, an der man sie fand. In der Gerichtsmedizin kann festgestellt werden, dass Kelsey am Tag ihrer mutmaßlichen Entführung, also am 2. Juni ermordet wurde, erdrosselt mit ihrem eigenen Gürtel, den sie an diesem Tag getragen hat. Außerdem konnte auch zweifelsfrei festgestellt werden, dass Kelsey sexuell missbraucht worden ist. Ich habe mir im Zuge meiner Recherche zu diesem Fall viele Videos angesehen, in denen Kelseys Eltern Greg und Missy zu Wort kamen. Und sie über den Moment sprechen zu hören, als sie erfahren haben, wie Kelsey aufgefunden wurde und was man ihr angetan hat, ist mir unheimlich nahe gegangen. Und ich habe erst gar nicht versucht, mir vorzustellen, was das für diese Familie zu bedeuten hatte. Aber genauso wie auch die Suche nach Kelsey in den vergangenen vier Tagen seit dem 2. Juni unaufhörlich weiterging, so ging auch nach der Auswertung der Videoüberwachungsbänder von Target die Suche nach dem unbekannten Mann mit dem weißen T-Shirt weiter. Die Polizei hat bereits zwei Tage nach Kelseys Verschwinden am 4. Juni das Videomaterial, auf dem der unbekannte junge Mann zu sehen ist, der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt, um herauszufinden, wer er ist. Auch wenn das Material vom Parkplatz und von Kelsys mutmaßlicher Entführung an sich äußerst schlecht war, die Aufnahmen im Laden und auch am Ausgang sind deutlich besser und der junge Mann war darauf relativ gut zu erkennen. Auch wenn unter den ersten Anrufen nach der Veröffentlichung keiner dabei ist, der den Mann mit dem weißen T-Shirt einen Namen geben kann, so bekommt die Polizei eine andere wichtige Information einer Zeugin. Diese ruft bei der Hotline ein und sagt, dass sie nur wenige Tage vor Kelseys Verschwinden im City River Center in Kansas City ihren wöchentlichen Einkauf gemacht hat, als sie auf dem Parkplatz des Supermarkts von einem Mann attackiert wurde, als sie an ihrem Auto ankam. Die Frau allerdings wehrte sich heftig gegen die Attacke, sodass auch bald andere Personen, die sich ebenfalls dort aufgehalten haben, darauf aufmerksam wurden und der Angreifer in die Flucht geschlagen wurde. Die Zeugin ist sich ganz sicher, dass der Mann auf dem Target-Video derselbe ist, der sie nur wenige Tage zuvor angegriffen hat. Und von da an dauert es auch jetzt nicht mehr lange, bis die Identität des bis dahin unbekannten Mannes auch feststeht. Denn immer mehr Anrufe erreichen die Hotline der Polizei und immer öfter fällt jetzt auch ein und derselbe Name. Nur wenige Stunden, nachdem man Kelseys Leiche im Wald gefunden hat, nimmt die Polizei jetzt darum auch am Abend des 6. Juni den 26 Jahre alten Edwin Roy Hall in seinem Haus in Oatley fest. Beim Eintreffen der Polizei ist Edwin gerade dabei, zusammen mit seiner Frau und seinem kleinen Sohn seinen Pickup-Truck vollzupacken. Offenbar hatte er vor, mit seiner Familie die Stadt zu verlassen. Edwin wird allerdings jetzt festgenommen und aufs Polizeirevier gebracht. Und dort streitet er zunächst einmal ab, Kelsey überhaupt zu kennen. Und darum freilich auch nichts mit ihrem Verschwinden oder gar mit ihrer Ermordung zu tun zu haben. Jedoch nicht nur stellt sich schnell heraus, dass Edwins Fingerabdrücke, die ihm direkt abgenommen werden, nach einem Abgleich zu denen passen, die man in Kelsies Wagen fand. Nein, auch Edwin Halls weißer Pickup-Truck ist nach einer weiteren Auswertung der Videoaufnahmen von Target zum fraglichen Zeitpunkt ebenfalls auf dem Parkplatz zu sehen. Trotzdem, dass Edwin weiterhin abstreitet, Kelsey zu kennen, ergibt sich für die Ermittler nach und nach ein klares Bild. Edwin Hall hält sich am frühen Abend des 2. Juni mit seinem weißen Target-Parkplatzes am Oak Park auf. Wenn man die Zeugenaussage bedenkt, die die Frau bei der Polizei gemacht hat und die Edwin Hall als den Mann identifiziert hat, der sie nur wenige Tage zuvor ebenfalls auf einem anderen Supermarkt Parkplatz angegriffen hat, muss man davon ausgehen, dass der Grund, warum es sich jetzt wieder auf einem Supermarkt Parkplatz aufhält, der ist, weil er ein neues Opfer sucht. Er sieht Kelsey aus ihrem Buick aussteigen und Target betreten. Daraufhin parkt auch Edwin seinen Wagen jetzt und geht ihr ins Geschäft hinterher. Er beobachtet Kelsey, unauffällig während diese ihre Einkäufe erledigt und folgt ihr im Anschluss daran hinaus auf den Parkplatz. Auch wenn man auf den folgenden Aufnahmen nicht genau erkennen kann, was als nächstes passiert ist, gehen die Ermittler davon aus, dass Edwin sich von hinten an Kelsey herangeschlichen hat, als diese in ihr Auto einsteigen wollte. Er bedroht sie mit einer Waffe, die er bei sich hat und die man später auch in seinem Haus fand und drängt sie auf den Beifahrersitz, während er selbst sich hinter das Steuer des Buicks setzt und davon fährt. Er bedroht Kelsey jetzt weiterhin während der Fahrt mit seiner Waffe und fährt mit ihr zum Waldstück nahe des Longview Lakes hinaus, wo er sie missbraucht und anschließend erwürgt, in der Tat fährt er dann den Buick auf den Parkplatz am Oak Park, wo er später am Abend von Kelseys Großeltern unverschlossen abgestellt aufgefunden wird und läuft die paar Meter hinüber zu seinem weißen Pickup Truck, der nach wie vor immer noch auf dem Target Parkplatz steht und dann fährt er nach Hause zu seiner Frau und seinem Sohn. Und dass das alles ganz genau so gewesen ist, gesteht Edwin Hall auch noch in derselben Nacht. Nachdem man ihn sowohl mit seinen gefundenen Fingerabdrücken im Wagen als auch mit den Videoaufnahmen von Target konfrontiert. Und einige Tage später, nachdem Edwin Halls DNA abgeglichen wurde mit den Spuren, die man an Kelsey Smith Leiche fand, steht auch fest, dass er der Täter ist, denn seine DNA ist überall auf ihrem Körper zu finden. Hall gesteht die Tat. Er sagt, dass er Kelsey von seinem Auto aus gesehen hat, wie sie bei Target ausgestiegen ist und dass sie ihm aufgefallen sei, weil sie so wunderschöne Beine hatte und so jung aussah. Edwin Hall wird daraufhin jetzt wegen Mordes, Entführung und Vergewaltigung angeklagt und der zuständige Bezirksstaatsanwalt Phil Klein fordert die Todesstrafe. Jedoch nachdem Edwin Hall einen Deal der Staatsanwaltschaft angenommen hat, der unter anderem ein vollumfängliches Geständnis beinhaltet und nachdem die Staatsanwaltschaft auch eingehend mit Kelsies Familie über diesen Deal gesprochen hat, ist die Todesstrafe vom Tisch. Im September 2008, ein Jahr nach Kelsies Tod, wird Edwin Hall von einer Jury in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen und zu einer lebenslangen Haftstrafe ohne die Chance auf Bewährung verurteilt. In einem Statement, das er im Gerichtssaal abgibt, entschuldigt er sich bei Kelsies Eltern und ihren Geschwistern mit den Worten Edwin Hall wurde als Kind zur Adoption freigegeben und wuchs in verschiedenen Pflegefamilien auf. Als Teenager belästigte er wohl immer wieder eine seiner Schwestern, die ebenfalls mit ihm in diesen Pflegefamilien gelebt haben und hat sie wohl auch einmal mit einem Messer bedroht. Aber auch darüber hinaus fiel er immer wieder durch Gewalt auf, so zum Beispiel, als er einmal einen Nachbarn mit einem Baseballschläger niedergeschlagen und schwer verletzt hat. Später, nachdem Edwin dann seine Frau Alicia geheiratet und mit ihr einen Sohn bekommen hat, der bei seiner Verhaftung erst wenige Jahre alt war, hat er sich auf der Online-Plattform MySpace angemeldet. Allerdings nicht unter seinem richtigen Vornamen Edwin, sondern er hat sich den Namen Jack gegeben. Und als seine größten Hobbys hat er bei MySpace das Essen von Kindern und das Quellen von kleinen Tieren angegeben. Da muss ich sagen, kann man nur von Glück reden, dass dieser Mann für den Rest seines Lebens hinter Gittern sitzen wird, nämlich im Hutchinson-Gefängnis in Kansas und dass er somit nie wieder die Chance bekommen wird, einem anderen Menschen, einer jungen Frau, einem kleinen Kind oder auch einem Tierschaden zuzufügen. Aber es gibt noch etwas anderes, was man in diesem Fall unbedingt wissen muss. Etwas, das sehr wichtig ist, weil es später unheimlich viel in Bewegung gebracht hat. Als die Polizei am späten Abend des 2. Juni Kelsey's Buick auf diesem Parkplatz zum ersten Mal genau unter die Lupe genommen haben, stand fest, dass ihr Handy nicht da ist. Weswegen sowohl die Ermittler als auch Kelseys Eltern fest davon überzeugt waren, dass sie ihr Handy, was auch immer mit ihr passiert ist und wo immer sie gerade ist, bei sich haben muss. Und wie sich später herausgestellt hat, hat das ja auch gestimmt. Kelsey hatte ihr Handy vermutlich in ihrer Hosentasche gehabt, als Edwin Hall sie ins Auto gedrängt und entführt und in diesen Wald gefahren hat. Denn man hat ihr Handy, ja, als man ihre Leiche dort fand, nur wenige Meter von ihr entfernt gefunden. Das bedeutet, sie hatte es die ganze Zeit über bei sich. Und die Polizei hat das bereits am Abend des 2. Juni vermutet, als man es nicht im Auto fand, weswegen sowohl die Ermittler als auch Kelseys Eltern Greg und Missy ihren Telefonanbieter Verizon Wireless angerufen und um die Daten aus den Mobilfunkmasten gebeten haben, die Verizon zu dieser Zeit klar vorgelegen haben. Allerdings war Verizon gesetzlich nicht dazu verpflichtet, die Daten herauszugeben, weswegen sie es auch nicht getan haben. Später hat sich herausgestellt, dass es wohl nur 45 Minuten gedauert hatte, Kelsey oder zumindest den Aufenthaltsort ihres Handys am späten Abend des 2. Juni zu ermitteln, während die Daten der Mobilfunkmasten von der Telefongesellschaft direkt an die Polizei übermittelt wurden, worum auch gebeten wurde. Man muss aber auch an dieser Stelle klar sagen, dass es von Seiten der Telefongesellschaft Verizon später dann nochmal ein Statement dazu gegeben hat und in diesem Statement haben sie eben auch gesagt, dass sie zwar gesetzlich nicht verpflichtet sind, Daten herauszugeben, aber abgesehen davon würden sie eben auch aus bestimmten Datenschutzgründen nicht einfach Standorte von Handys herausgeben können, zumal dann, wenn kein Gerichtsbeschluss vorliegt und der lag selbstredend am späten Abend des 2. Juni nicht vor, denn die Polizei hatte ja Kelseys Auto gerade erst entdeckt und bis dann ein Gerichtsbeschluss irgendwann mal so weit ist, dass er zur Anwendung kommen kann, dauert das Tage oder sogar Wochen. Kelseys Eltern waren aber der Meinung, dass daran etwas grundlegend geändert werden muss, dass die Strafverfolgungsbehörden auf jeden Fall Anbieters zu erhalten, wenn klar ist, dass sich der Teilnehmer in Gefahr befinden könnte oder auch, wenn in den zurückliegenden 24 Stunden von diesem Mobiltelefon die Notrufnummer, also die 911 angerufen worden ist. Der Kelseys Smith Act, der genau das garantiert, der sicherstellt, dass Mobilfunkanbieter sofort ein Handy orten und die dementsprechenden Informationen an die zuständigen Stellen weitergeben müssen, wird inzwischen von den meisten Bundesstaaten in den USA angewendet, die das Gesetz verabschiedet haben. Ich glaube, dass das, was unserer Tochter passiert ist, deswegen so bekannt wurde und dass so viele Menschen darüber gesprochen haben, weil sie einfach ein ganz normales amerikanisches Mädchen war, das an einem Sommerabend im Juni nur noch schnell einkaufen gehen wollte und dann aber nie wieder nach Hause zurückkam. So Kelseys Mutter Missy später in einem Interview. Und ich glaube, dass sie damit vollkommen recht hat, denn es ist dieses ganz einfache alltägliche Vorgehen, diese selbstverständliche Normalität, einfach noch mal kurz zur Freundin auf der anderen Straßenseite hinüber zu gehen, schnell mal noch was einzukaufen oder zum Tanken zu fahren. Das ist etwas, was wir alle einfach so machen. Und das ist das, was diesen Fall noch unfassbarer und grausamer macht, als er ohnehin schon ist, weil Kelsey einfach nur kurz noch mal zum Supermarkt wollte und es ein Tag war wie jeder andere und sie nur 18 Jahre alt werden durfte, weil Edwin Hall beschlossen hat, sie zu entführen und umzubringen. Auch wenn in diesem Fall kein Zweifel daran besteht, wer Kelsey umgebracht hat. Und auch wenn Edwin Hall bis zu seinem letzten Tag hinter Gittern sitzen wird, Kelsies Familie, ihre Freunde, jeder, der sie kannte, niemand wird jemals über diesen Verlust hinweg kommen können. Ja, meine Lieben, damit sind wir am Ende dieses Videos angekommen und wie immer bin ich natürlich gespannt darauf, wie ihr diesen Fall seht, wie ihr ihn einschätzt und eure Meinung zu all dem zu erfahren, was ich euch erzählt habe. Schreibt mir also gerne unten in die Kommentare. Damit verabschiede ich mich jetzt von euch, meine Lieben. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag und ich hoffe, wir sehen uns dann ganz bald im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.